ARD Text im Auftrag von Funk Und hier oben drauf Zack, ich hab nur noch drei Stück, das geht ja gut Okay, dann hier ein bisschen ausleuchten bitte Einmal, zweimal Okay, jetzt ins Bett rennen Rennen Entschuldigung, renn ins Bett Hüpf, 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 hüpf Hüpf, hüpf, hüpf Auf ins Bett Und du da Und da rein Ah, hier ist du zu Und jetzt bitte nicht aus dem Bett fallen Gut so Ich bin nicht aus dem Bett gefallen Gut Und es ist Tag Sicherheitshalber hab ich halt hier mal Geschwack in der Hand Wir machen jetzt Und sollte ich einen Snack, kleinen Snack, müssen Nyam 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 Niam nyam 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 So Ok, achja Da lauf ich ja noch vorbei Haben die Truhe jetzt gleich bisschen geleckt So. Danke. Ach ja übrigens, ich könnte ja einen Point setzen. White Point. Add. Hier. Home. Und die Farbe bleibt gelb. Genau. Mein Home. Falls wir irgendwann mal vorhin wollen. Und unseren Home vergessen. So. Hallo Schaf. Äh, genau, sowas. So, ich glaube, das müsste langen fürs Erste. Du willst mich jetzt verarschen? Echt jetzt? Maaaan! So. Danke. Sehr garstig von dir. Und weiter geht's. Zack. Und nächste Seite. Ja, das war's. Das und das. Ich glaube, ich habe sogar zu viele Treppen gemacht. Na egal. Woanders können wir das ganz bestimmt gebrauchen. Dann habe ich sie vorne gemacht. Drei habe ich vorne gelassen. Na. Und dann habe ich sie zugemacht. So. Passt. Dann habe ich die Klammung und die zugemacht. Genau. So. Und boah. Eigentlich Kohle einstecken. Nein, aber ich habe einen Feuerstein einstecken. Eigentlich will ich die Bude abfüllen. Einmal dann Feuer und dann brennt alles. Schön hier. So. Ich glaube, ich mache das hier ab. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schon da hole dich noch ein Mauer zu. Häh. Jaaa! Ok, wo ist die Kasse? Das passt, das ist auch noch ein bisschen. Ich würde es auch nicht. Doch, doch nicht. Das wäre doch etwas doof, wenn es doch nicht ist. Das müsste aber auch da sein. Jetzt? Ja, jetzt passt es. Genau. Okay. Mann, halt's. Wie machen wir das hier? Machen wir so. Schaf hier. Mäh. Das ist eigentlich schon vorbei. Also ich hoffe, es kommt vorbei. Ne, sicherlich kommt es vorbei. Und dann hier. Ah, passt. Oh, Schaf, du bist richtig. Aber du bist nicht richtig. Du musst dich doch unterschützen. Nein! Ach du blödes Ding. Ich würde jetzt eigentlich eine Schweinestelle hier raus machen. Ein bisschen schwarzer. Oh Gott. Und das mache ich ein kleines bisschen weiter. So. Müsste eigentlich, ach egal. Na toll. Ähm, hier. Ohlaloo. Es wird definitiv nicht lange. Wie viel können wir machen? So. Okay. Toll, sechs Stück. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, fünf und sechs. Und zwei, vier, fünf und sechs. Ach komm. Dann kann ich doch die Reichen nehmen. Machen. Dann. So. Zack. Das stelle ich jetzt fest. Hier komme ich raus. Am besten so. Mhm. 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 Gut so. Dann. Das erst mal entfernen. Dankeschön. Und das hier auch entfernen. So. Mit so ein bisschen, geht das in Draht. Und das hier hin. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Mhm, so. Hast du überhaupt nicht so, du musst wieder hinterfragen. Abheben. Oh Mist. Äh, hier. Das noch hier wieder an. Und die Kursche, die Propheten. Und wo ich hier die... ach, weiß ich nicht. Dann nehm ich doch noch das Zeug mit der Hand ab. Aber ich glaub, da müsste wir nicht mehr reinhüpfen können. So, jetzt aber kommt das noch hin. Und dich brauche ich noch, danke, danke. Und... Na, ihr sitzt da rein, holst du es? Danke. Hm, nein. Gut so. Scheiße, geht. Das heißt, das geht auch gut. Ah, weg hier. Okay. Drei, das sind auch drei. Gut, aber das hier funktioniert nicht. So. Okay. Okay. Brauchen wir mal, ob das seitlich heute macht. Hm. Komisch. Okay, wie viel haben wir noch? Wir haben noch Zeit. Okay. Endermen? Endermen! Yes, you can! Oh, ich mach mal so. Ach, oh Gott. Zack. Das sind wohl ganz viele Löcherstufen. Zack, zack, zack. Ja, Enderman, ich kann dich grad nicht holen. So. Einmal. Zweimal. Okay. Die Sonne steht noch. Also, wir sollten uns beeilen. Sollte auch viel fliegen. Oh, Creeper. Der hat den Creeper da hinten. Da ist der Creeper. Oh, Creeper. So. Und ich hab mit dem Glück, dass sie bunte Schafe machen, definitiv. Werden auch das Gehege nach und nach ein bisschen erweitern, so wie ich's glaube. Aber, ja, blau, bunte Schafe. Ganz bunt, bunte, 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 bunte Schafe. Blaue Schafe, grüne Schafe, Lieder Schafe, bunte Farben, halt. Pinke Schafe, oh Gott, pinke Schafe, schwule Schafe! Waaah! Mein Scherz, mein Scherz, mein Scherz, mein Scherz, mein Scherz. Schwule Schafe. Doch, ich glaub, wenn ich das erste Pinke Schafe werde, ich glaub, ich die Folge schwule Schafe nennen. Unsere neue Schwule Schafe. Zack, zack, zack. Ich dachte ich schon, wo ist die Erde hin. Das langt schon. So, und so. Okay. Hm, mach was hier noch, mal was hier noch. Die Löcher stopfen hier. Ja, Creeper, ähm, weißt du, was auch immer du da unten bist. Ähm, Enderman, Etta. Ich hab den Namen vergessen. Entschuldigung, Enderman, ich hab den Namen vergessen. So. So. Ja, nur enderman hier rauskommst und wenn du hier was wegnimmst, ich kill dich. So. Dann würde ich sagen, ab ins Bild. Und ich will, ähm, ich will den More Creatures Mod reinhauen. Das heißt, ganz viele Tiere. Ganz viele verschiedene Tiere. Ja, ähm, erstens will ich das nehmen, weil ich da... Uuuuuh! Sag mal, bist du noch gaga? Nein, 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 nein. Du Idiot. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Idiot. Wo bist du? Creeper vor unserem Haus. Tja, das ist doch wahrscheinlich der Creeper, den wir da unten gesehen haben. Er wollte noch ein Loser. Also so. Na. Okay. Was machen wir hier hin? Können wir da... Können sie schon zu sehen hinhauen? Hey. Einmal ist immer noch da unten. Okay. Aber... Ich geh um ne Küste. So ne sehr schicke Küste sogar. Hm. Da hab ich ne Idee. Vorher sind wir erst mal hier ein... Schwein? So, die... Das Zeug da unten lassen wir kurz. Und... Wir gehen mal hier hin. Achja, das geht nicht mehr. Wir können da nicht mehr rein. 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 Oder so. Und das machen wir dann. Irgendwas sollte ich machen. Genau, hier. Und dann hier. Und wir hier... Da... 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 Was machen. Okay. Ich müsste das, glaube ich, löste von Anfang lang. So. Kleinen Steg da hinten machen. So. So ein Angessteg hört. Hm. Und... Weiter kann Sand dabei. Hallo Sand. Hallo Erde. Hallo Sand. Hallo Sand. Hallo Sand. Hallo Sand. So. Okay. Vier Sand. Definitiv nicht langen, aber zumindest etwas. Ach. Das geht. Siehste. Ein Holz. Gott. Ach. Das geht. Siehste. Ein Holz. Gott. Ah. Und drei geht. So. Noch ein Salz. So. 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 Dann schaue ich mal wieder hinter, dass ja kein Creeper hierher kommt. Oder so. Denn Creeper haben eine ganz explosive Wirkung. Mann. Halt. Hör endlich auf. So. Das müsste lang. Hier. Wunderbar. Tauchen. Okay. Jetzt. Ach komm. Das krieg ich doch hoch. Lerzer. Hallo Meg. Hallo Kugel. Oder Lea. Stimmt. Kühe. Haben wir hier keine. Fällt mir gerade aus. Kühe habe ich total vergessen. Ach die Kühe. Mäh. Genau, da bist du schon richtig. Okay. Hm. Okay, das passt dann. Oh, hier haben wir auch ein kleiner See. Kleiner See. Obwohl, die könnte ich doch so zu künstlich machen. Könnte ich, könnte ich, könnte ich. Ob ich das mache, ist denn eine Folge. Ach, ich sehe schon, ich habe gezogen. Okay, egal. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.